Thomas Danielevicius ist ein litauischer Fußballspieler, er spielt auf der Position eines Stürmers. Karriere Thomas Danielevicius begann seine Karriere in seiner Heimatstadt bei Atlantas Kleipeda. Zur Saison 1995-96 wechselte er dann erstmals ins Ausland zum KSK Beveren, hier kam er nie zum Einsatz. Weshalb er nach einer Spielzeit zum Liga-Konkurrenten FC Brügge wechselte. Doch auch in Brügge wurde er kaum eingesetzt. In der Folge wechselte Danielevicius häufig den Verein ohne sich jedoch durchsetzen zu können, FK Dynamo Moskau, FC Lausanne Sport, Dunfermline Athletic und FC Arsenal hießen die Stationen. Zur Saison 2001-02 kehrte Danielevicius dann zum KSK Beveren zurück, diesmal wurde er auf Anhieb zum Stammspieler und er konnte zwölf Tore erzielen. Trotzdem wechselte er nach nur einer Spielzeit erneut den Verein, diesmal war der Arsenal nur das Ziel. Hier wurde er regelmäßig eingesetzt und in der Saison 2003-04 gelang der Aufstieg in die Serie A. Für die Saison 2005-06 wurde Danielevicius an den Serie B-Verein USA-Vellino ausgeliehen. Da er hier mit guten Leistungen und 17 Toren überzeugen konnte, kehrte er zur Saison 2006-07 in den Kader der Aslai Vorno zurück. Im Winter 2007 wechselte er zum FC Bologna und im Januar 2008 zu US Croseto, um dann im Sommer 2008 wieder endgültig zu Leif Vorno zurückzukehren. Im August 2011 wechselte Danielevicius ablösefrei zu SS Juve Stabier. Erfolge Aufstieg in die Serie A1-X mit Aslai Vorno Rekordtorschütze der litauischen Fußball-Nationalmannschaft Jahresfußballspieler Fußballspieler